Guten Tag, 17 Uhr und eine neue Runde Clash of Lens mit mir, dem Fred und Matthias ist auch dabei. Genau. Ja, was haben wir heute vor? Wir machen heute eine Spezial-Challenge, das heißt, wie ihr das vielleicht aus einigen Sportsachen kennt, Best of Three. Das heißt, drei Punkte gibt es maximal zu holen, ein Punkt für das meistgeklaute Elixier, ein Punkt für das meistgeklaute Gold und ein Punkt für die meisten gewonnenen Trophäen. Zeit, zehn Minuten, wir haben das jetzt natürlich schon vorbereitet, ihr seht es, die Truppen sind alle ausgebildet. Ich hab den Barbarenkönig mal gepusht, meine Queen ist ja leider noch im Tiefschlaf, die ist noch im Upgrade-Status, dann würde ich sagen, Stoppuhr kann ich jetzt gleich mal anmachen. Und dann würde ich sagen... Ja, ich gucke auf die Nähe einfach. Ja, ich kann dir das ja auch sagen. Ja. Also bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Das ist natürlich jetzt ein bisschen härter, ne? Drei Sachen auf einmal, das wird schon eine Herausforderung. Wir müssen halt gucken, dass es irgendwie klappt, ne? Ja gut, würde ich sagen... Und wie gesagt, es zählen nur Sachen aus den Angriffen, also nicht irgendwie aus den Minen oder so. Ja, das war ja bis jetzt immer so. Ja, gar nicht nur. Also, Start der Challenge in 3, 2, 1, los. Stoppuhr läuft, dann würde ich sagen... Und ab geht die Party. Ich weiß nicht, auf was ich mich jetzt hier konzentrieren soll, ne? Ja, das ist für mich jetzt die nächste Frage, ne? Ich hätte jetzt gerade schon 31 Pokale holen können, aber das Problem ist, bringt mir ja nichts. Ich weiß nicht so ganz wie, ne? Aber wie machen wir das denn mit den Pokalen, wenn du verlierst? Also sagen wir mal, du holst jetzt 8 Millionen Gold, verlierst aber dadurch 30 Pokale. Zählen die dann, oder was? Ja, keine Ahnung, wie wir das gescheit machen können. Ich würde sagen... Ja. Ja, ich würde sagen... Alter, ich hasse diese verfickten Mauerbrecher, dass die überall Mauern kaputt machen, wo es überhaupt nichts bringt. Ich würde sagen, es zählen nur die gewonnenen. Also es zählen die gewonnenen Pokale. Weißt du? Und wenn du Pokale verlierst, ist das egal, weil sonst kannst du ja nicht alles machen. Weil ich kann ja nicht noch 100 Millionen Gold klauen und dann noch darauf achten, dass ich auch möglichst keinen einzigen Pokal verliere. Das ist unmöglich. Also wenn du Pokale dazugewinnst, dann zählen sie. Aber wenn du jetzt einen Riesenraub machst und verlierst dabei Pokale, dann zählst du nicht. Weil sonst... Irgendwann muss man auch mal eine Grenze ziehen, sonst kannst du es ja vollknicken. So. Alles klar, so machen wir es. Bingerat schon dabei! Bingerat schon dabei! Ich hasse Mauerbrecher, ganz ehrlich, die sind so dumm. Bescheuert sind die, echt. Ich kann nicht klar denken. Sie sind muy dumm. Ich hoffe mal, das ist jetzt eine halbwegs gescheite Taktik, die ich jetzt hier ausgewählt habe. Naja, 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 naja. Könnte funktionieren. Könnte doch durchaus funktionieren, was ich jetzt hier vorhabe. Allerdings, naja gut, Pokal-technisch. Ich hätte mir vielleicht auch mal besser noch etwas... Ja, ich hätte mir mal ein paar Kobold mitnehmen sollen. Allerdings habe ich mir so gedacht, wenn du eh jetzt auf Pokale gehst... Naja, das ist jetzt vielleicht nicht so ganz so schlau, ne? Wir werden sehen. Wir werden sehen, was jetzt hier bei... Inwiefern, achso, ja. Ja, ich habe jetzt quasi das mehr oder weniger auf Pokale ausgerichtet. Ich habe jetzt nicht so ganz so viel... Alter, greift doch das Kargrathaus an die Ochsen. Ja, okay. Wollen wir mal ein bisschen nachheffen. Macht sie da Schadenszauber eigentlich auch meine Truppen kaputt? Ne, ne? Ich habe manchmal das Gefühl, dass die da auch von einer auf den Sack kriegen. Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich jetzt gerade ziemlich viel... Ja, weiß ich nicht. Ziemlich viel Zeit verliere eigentlich. Mit irgendeiner Scheiße, die eigentlich total unsinnig ist gerade. Ja, bei mir auch. Mir geht es gerade auch irgendwie in die Box. Ja, es geht schon, aber... Ja, weil das ging schon damit los, dass die Mauerbrecher dann Mauer kaputt machen, wo ich überhaupt nicht durchlaufen will. Ja, das ist natürlich scheiße. Ich mache... Das sind zwei Mauerreihen nacheinander, so mit Abstand ein Gebäude dazwischen. Der Vorteil ist, jetzt habe ich zumindest alle meine Truppen verschwendet. Ja, genau. Ich nämlich auch. Das müsste eigentlich... Das müsste ja eigentlich reichen. Ende. So. Das war zwar schon mal ein Plus bei allen Sachen, aber... Ja, Pokaltechnisch war das jetzt bei mir nicht so ganz das Geilste, aber jetzt müssen wir mal gucken, dass wir jetzt hier noch... Ich werde jetzt auf jeden Fall wieder etwas tricksen. Ihr kennt das ja, ne? Ihr macht wieder Revanche. Ne, 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 ne. Das bringt nichts diesmal. Bei mir auch nicht, weil die nämlich immer alle online sind. Nein, dann habe ich halt die ganzen... Ja gut, dann habe ich voll viele Pokale, aber... Ich gehe, glaube ich, lieber auf Ressourcen, weil dann habe ich wenigstens hinterher noch was davon. Weil wenn ich jetzt 100 Pokale gewinne, das bringt mir gar nichts, weil ich eh nicht hoch will von den Pokalen. Unbedingt. Jo, bist du dann mittlerweile. 1665. Also quasi wieder 1000 runter ungefähr. Mhm. Weil es das einfach nicht gelohnt hat. Da oben. Ich wollte ja nur die 1000 Juwelen haben. Ja, ach komm, weiß das Arschlecken. Ich pushe jetzt die nächste Kaserne auch noch. Jetzt habe ich alle vier gepusht. Ah, was? Egal hier. Scheiß Juwelen. Ich habe jetzt eh die vier Bauarbeiter-Jogis schon. Ja, ihr seht das ja wahrscheinlich diesmal ein bisschen anders. Diesmal... Ach, die dunkle Kaserne habe ich gepusht, okay. Dieses Mal haben wir ja quasi aus beiden Perspektiven, ne? Quasi unten rechts immer jeweils der Aktive und oben links das kleine Fenster. Das könnt ihr dann auch noch... Ja, könnt ihr dann auch die andere Perspektive dann nochmal sehen. Oh cool, mir fehlen nur noch 30.000 Elixier. Dann kann ich mal meine Mauerbrecher ein bisschen upgraden. Das ist ja auch nicht verkehrt, weil die Jogis ja auch nicht immer die Schnellsten sind, beziehungsweise die Cleversten. Dann kann man nur... Dann auf Level 4... Machen die immer genau die Mauern kaputt mit dem Level auch, oder was? Nee, weiß ich gar nicht ungefähr, wie das funktioniert. Warte mal, wie war das denn nochmal? Ja, ich weiß nur, bei mir meine machen bis Mauer 8. Also für Mauer 8 brauche ich zwei Stück. Ah, okay. Welches Level hast du? Äh, fünf. Ja, ich hab vier. Also dann hab ich vier, wenn ich das jetzt starte gleich mal. Wenn ich noch 30.000 Elixier verdiene sozusagen. Ich guck einfach schon mal rum, aber das ist auch blöd, mit so einer halbgaren Armee hier schon mal zu gucken. Dann finde ich nämlich immer die... Das hatt ich ja das letzte Mal auch schon. Dann hab ich schon mal gedacht, komm, mit so 15 Bogenschützen kannst du schon mal gucken, wenn irgendwo ein bisschen was rumpümmelt. Und dann hab ich irgendwas gefunden, wo ich dann wirklich was hätte reißen können. Wenn ich mal eine komplette Truppe, Truppen sozusagen gehabt hätte. Das war gerade auch wieder gar nicht mal so schlau. Das war immer ein bisschen ärgerlich. Boah, das ist schon fünf Minuten rum. Ich denke mal... Hier zum Beispiel jetzt. So wie hier zum Beispiel jetzt. Das ärgert mich jetzt natürlich schon wieder. Könnte eine knappe Kiste werden. Das könnte eine knappe Kiste werden, Leute. Das bringt mir jetzt nichts. Ich muss erst nochmal aufhören. Ah, ich hab eh Connection lost. Gut. Ah. Aber das geht ja immer relativ fix, bis man hier wieder bei ist. Der Klassiker. Boah, ich hab keine Truppen. Mal gucken, was wir hier noch so bekommen können. Ich hab's nämlich auch schon... Meine schönen Juwelen, alle weg. Ungefordert eben, so. Meine schönen Juwelen, alle weg. Alle weg. Und grad mal 62 Truppen fertig, Alter. Sollst du bitte, Danny09. Ja, der Sonnejong... Damit hab ich jetzt meine Pflicht erfüllt. Und es dir gesagt... Am besten fragt noch jeder aus deinem kleinen Einzelnen an. Ja. Ach, Mann, das ist... Vier Truppen bringt mir. Kann ein guter hier irgendwie was oder wie oder was? Oder we know what? Oder we know what? Was denn? Ja, ich hab da geschrieben, die sollen mir irgendwas ab Level 5 spenden, damit ich die Challenge gewinnen kann. Aber jetzt hat er geschrieben, ob das auf Level 4 geht. Wahrscheinlich wird er Level 4 Bogenschützen selber haben. Der Feine herstellt wieder Ansprüche hier. Level 5 Bogenschützen, Level 4 Archer, ja. Ist ja... Also Level 4 und Level 5 Bogenschützen hab ich jetzt gekriegt, super. Ach, das ist scheiße. Könnt ihr eure Base nicht mal richtig bauen, dass ich da gescheit zuschlagen kann? Das gibt's doch nicht. Ich bin bisher noch nicht so effektiv, muss ich sagen. In welchem Bereich? In allen. Ich hab zwar überall jetzt ein bisschen... Aber so wirklich hier... Und auch wieder nicht. Ich muss mal... Ein so'n Glückstreffer. Zwischendurch hab ich immer so Glückstreffer dabei. Ja, nur das Problem ist, ich hatte jetzt schon einen, der gar nicht mal so schlecht war eigentlich. Allerdings dann... Abstriche gibt's dann halt immer. Dann hast du halt nicht so viele Pokale, ne? Ich hatte eben was mit Bogenschützen. Da hab ich mit 70 Bogenschützen... Hab ich von jedem 200.000 gewonnen. Aber das war halt... Bevor wir die Challenge gestartet haben. Oh, dieser hier wär auch so göttlich gewesen zum Angreifen. Aber sind natürlich die Truppen überhaupt nicht fertig. Das ist natürlich auch wieder geil. Der müsste auch die Truppen bei den Angriffe... Wenn er während der die Angriffe durchzieht, müsste er auch die Truppen mal aktualisieren. Das wär viel besser. Der müsste vor allem mal, wie bei Boom Beach, die Truppen, die man nicht verliert, noch mal wieder zurück ins Lager schicken. Ja, genau. Das wär geil. So. Langsam ernährt sich das Fredhörnchen. Muss ich mal sagen. Alter. Gibt's auch nicht. Es dauert, es dauert, es dauert. Aber es ist die Frage, ob der eine Angriff von ihm gereicht hat oder nicht. 120. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch warten. Jetzt sind wir bei 7 Minuten 55 jetzt und... Wenn man's drauf anlegt, findet man auch nix, ey. Das ist echt unter aller Kanone. Ich finde schon, aber es braucht ja voll lange, bis ich überhaupt mal fertig bin und mal angreifen kann. Ja, Gold, da komm ich aber nicht dran. Wenn wir die Mauerbrecher wieder nicht zielen können, die schießen da alles andere kaputt. Geil wär auch, wenn man sich die Juwelenkisten krallen könnte, die bei den anderen rumstehen. Tja. Ich hab auch schon lange keine mehr gehabt. Ich hatte auch erst 9. So, Truppen sind aus... Ja, die sind... Es dauert alles viel zu lange, bis die Truppen mal fertig sind, ey. Und tadaa. Ich hab jetzt 142... Bei mir mit den gepushten Dinges geht es jetzt, aber irgendwie komm ich hier... Jetzt find ich natürlich wieder keinen Gegner. Oh, noch 1000, aber die sind doch alle zu stark schon wieder. Also sind jetzt bei 8 Minuten 40. Dann hab ich wenigstens jetzt alle Truppen dabei. 8.40, ich werde jetzt bis 9 Minuten 20 warten. Und dann werde ich doch mal einen Tutti Frutti Angriff starten. Warte mal hier, da können wir doch noch einen machen. Nein! Nicht den. 2. Das kann doch nicht sein, ey. Irgendwann muss doch mal was kommen. Jetzt hab ich gleich wenigstens auch mein ganz dunkles Elixierverbraten. Ich warte jetzt auch irgendwie auf den Knaller. Ah, guck mal, hier, das sieht doch gut aus. Aber das ist auch wieder... Was haben wir denn jetzt hier? 162? Ja, das scheiße. Das wird... Ich warte jetzt noch wirklich noch 10 Sekunden und dann... Arschlecken kommen, den probieren wir jetzt. Eben bis die beiden Schweine fertig sind. Los! Macht fertig. Und hier unten mit Bogen. So, jetzt muss ich hoffen, dass wir noch... Mal gucken, was wir hier noch so abreißen können. Glücksstreffer landen. Wo ist denn das Kackgold? Ach, da kann ich noch gucken, ob ich hier nicht... Gleiches hab ich ja mal Schwein und komm da mal mit so einem Bogen, Jogi... Mit so einem... Das geht aber, die Teile ist gleich vorbei, 20 Sekunden noch. Boah, jetzt find ich nix. Jetzt find ich hier nix. Ich darf nicht... Komm, 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 geh da durch, geh da durch und hau noch das Lager kaputt, bitte. Alter, das darf nicht wahr sein. 10 Sekunden und ich finde keinen Gegner. Oh, doch, hier haben wir einen. Ja, toll. Muss ich halt schon irgendwie angreifen. Guck mal, dass ich hier noch vielleicht die Pokale kriege. Ich hab jetzt noch im... In meiner Verzweiflung haben wir jetzt gerade noch einfach nur eine Truppe gesetzt, damit ich diesen Angriff noch machen kann, auch wenn ich den wahrscheinlich überhaupt nicht gewinnen kann und auch... Ja, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Das ist relativ hoffnungslos eigentlich, weil das auch noch eine Anti-Schweinereiter-Base ist. Ich hab Schweinereiter und ich kann überhaupt nix machen. Ah, gut. Das ist natürlich bitter. Ja, das ist excellent. Ich hoffe, dass ich jetzt noch da... Schieß doch mal auf die Gold-Mini, Jogi. Kack doch auf die Kanone. Echt, ey. Links. Jetzt. Ja, gut. Komm, noch ein bisschen. Komm, mach, 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 mach. Mach, mach, Herr! Ja, genau, so. Ja, ich würde fast sagen, das war's. Jetzt haben wir denn was gewonnen? Ja, einen Stern haben wir. Okay, das Radhaus ist kaputt. Die drei Mauerbrecher, die sparen wir uns jetzt. Die bringen nix. Okay, das war schon mal noch ganz gut. Da hab ich im Endeffekt nur zwei Angriffe durchgekriegt, aber gut. Du fertig, oder was? Nee. Meine Schweinereiter sind hier noch unterwegs. Allerdings, ja, muss ich mal gucken, dass ich jetzt hier noch was reiße. Also, ich bin doch dabei, sagen wir es mal so. Ja, ich spucke mal. Mit etwas Wohlwollen und mit etwas Spucke kriege ich hier vielleicht noch was raus. Ich hasse das, wenn die so falsch laufen, ne? Dass das Fälscher schon nicht mehr geht. So, ich baue jetzt erst mal meine, ich, äh... Ja, doch, die gewinne ich. Ich werde jetzt live Zeuge, wie ich meine Mauerbrecher auf Level 4 erhöhe. Die gewinne ich, die Challenge. Die gewinne ich. Die gewinne ich. Aber bin ich seit fünf Challenges ungeschlagen? Boah. Wieso seit fünf? Monster! Ich hab, glaub ich, eine verloren, oder? Nee, nee. Die ersten beiden plus die, die... Du hast die meisten verloren, glaube ich. Nein, ich hab zwei, glaub ich, verloren und danach immer gewonnen. Nee, nee. Auch die... Ja, die eine hab ich halt... Ja, die eine hab ich halt nur gewonnen, weil wir ja nicht festgelegt haben, dass die Verlorenen auch zählen, ne? Boah, das ist mal geil. Jetzt hab ich... Die Challenge hat sich zumindest in dem Sinne mal gelohnt, dass ich jetzt endlich mal wieder ein bisschen mehr... Ressourcen gekriegt hab. Das macht so einen Unterschied, in welcher Liga du farmst. Das ist unglaublich. Wenn ich mit Rathaus 9... Wenn ich in Gold 1 farme, find ich nix. Ach, ich hab gar keinen Bauarbeiter mehr, okay. Wenn ich in Gold 2 farme, gewinn ich alles. Oh, ich schaff sogar noch 100%. Ich geh kaputt, ey. Das hat sich echt mal gelohnt. Ich bin gleich wirklich mal auf die Statistiken gespannt. Ja, ein Dank an den Drachen auf jeden Fall. Ich rechne bei mir schon mal eben zusammen. Lieber Justus, dankeschön, dass du mir den Drachen gegeben hast. Find ich gut. Ja, warte, ich schnapp mir mal eben mal einen Zettel und schreibe zumindest dann schon mal für Gold... ...Elixier und Pokal auf. Ja, ich hab insgesamt plus 18 Pokal, das ist schon mal nicht so viel. Ich breche das jetzt mal eben ab, das ist schon mal... Boah, der war geil. Der war mal geil, der Angriff. Zwar das dunkle Elixier verbraten, aber ist egal. So, jetzt gucken wir mal nach. Mal eben El Rechner der Tasche geschnappt. Warte mal, sag noch nix, sag noch nix. Nein, fuck. Nein, fuck. Was haben wir jetzt hier noch? Das war der erste Eins. Mhm. Noch nicht sagen. Ich runde es mal ab, also, ne? Sonst ist mir das zu aufwendig jetzt hier wirklich noch... Das Ding, das wird ja wohl nicht auf irgendwie Nachkommastellen oder so ankommen. ja ich habe nicht so viel es könnte ist ich glaube es gibt einen whitewash hatte noch die pokal so ich bin fertig was hast du an gold 254.000 habe ich 384.000 was hast du an elixiert 152.000 habe ich 260.000 18 28 pokale ja ich hatte zwei geile angriffe ich hatte mit dem ersten angriff 161.000 gold und mit dem zweiten 219.000 naja und ich hatte gar nix wie viel angriff hattest du denn ich kann mal gucken angriffe hatte ich auch in dem sinne zwei richtige war denn das mit meinem bogenschützen ach das muss ja hier gewesen ich habe falsch gezählt ja genau plötzlich hat er noch hier plötzlich hat er noch 8 milliarden gold geklaut ich dachte ich hätte bei die fans locker guckt und da zusammengezählt akku jetzt zum beispiel ein angriff da hatte ich mit 72 bogen schützen 191.000 gold und 143.000 elixir ja du kannst gehen ja da würde ich auf jeden fall sagen dankeschön fürs zuschauen challenge sieg für mich heute und wenn es gibt einen daumen nach oben und ihr könnt auch dann beide videos euch angucken macht gut leute bis zum nächsten mal bis dann ciao